Quagodainichi Nisai 55 cm Weiblich Haben auch als Tosai gekauft Im Mai importiert Kann da bleiben Bis nächstes Jahr Mai, Juno Oder auch länger Mit dem Absprechen Wird die 80 cm knacken Der Fisch ist relativ hoch Der Kopf ist noch ein wenig schmal Aber der zieht noch nach Wir haben da ein bisschen zu viel Futter Das sieht man am Körper Also das ging ja wieder geregelt Wer Interesse hat an dem Fisch Kann sich melden Interessante Zeichnung übers Gesicht Also Flossen sind auch schön Der Fisch 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 Der Fisch